Willkommen auf dem heißen YouTube-Kanal von News. Abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten und heißesten Nachrichten zu erhalten. Der Schauspieler als kleiner Junge auf dem Jahrmarkt Dieter Bach als Kind, so niedlich war Sturm der Liebe Christoph früher. Zuckersüß und mit den Zügeln fest im Griff zeigt sich Dieter Bach aktuell auf einem neuen alten Foto. Auf dem Bild ist der Sturm der Liebe Schauspieler als Kind auf einem Volksfest zu sehen. Mit seiner Teilnahme an der Kinderfoto-Challenge auf Instagram verzückt der Darsteller von Christoph Saalfeld seine Follower Sturm der Liebe Fans kennen Dieter Bach, 56, in erster Linie als den intriganten Geschäftsführer des Fürstenhofs. Mit Mitte 50 kam der Kölner Schauspieler 2017 zu der Serie und verdreht dort seitdem in seiner Rolle den Frauen die Köpfe. Doch auch vor 30 Jahren war Bach bereits ein Hingucker, wie er kürzlich mit einem Trobak-Foto auf Instagram zeigte. Jetzt geht der Schauspieler noch weiter zurück und teilt mit seinen Followern ein altes Foto aus Kindertagen. Der süße Schnappschuss zeigt den Sturm der Liebestar als Kind auf einem Karussell. Mit ganzer Kraft versucht er sein Pferd zu zähmen. Dieter Bach nimmt an der Kinderfoto-Challenge teil. Zorro reitet wieder, schreibt Dieter Bach zu dem Schwarz-Weiß-Foto und erklärt zugleich, dass er damit an der Kinderfoto-Challenge teilnimmt, die derzeit auf Instagram trendet. Demnach wurde er zuvor von seinem Sturm der Liebe-Kollegen Florian Frohwein, Boris Salfeld, 31, nominiert. Das Trobak-Bild kommt bei den Followern von Dieter Bach gut an. So schreibt ein Nutzer, wie süß ist das denn, ein süßer Städtke und ein anderer scherzt. Das ist aber noch nicht so lange her. Das ist aber noch nicht so lange her.